Unser Konzept der technischen Sauberkeit heißt CleanCon. Dabei geht es um die Feinreinigung und Verpackung unserer Verbindungselemente zur Erfüllung höchster Sauberkeitsanforderungen. In der äußeren Zone des CleanCon-Bereichs stellen wir die Ware unter normalen Fertigungsbedingungen bereit. In der zweiten Zone, dem Übergangsbereich, füllen wir die komplett verlesenen Teile in Gitterkörbe und befördern sie in die dritte Zone, den Sauberraum. Hier unterziehen wir sie in einer ersten Kammer einem Reinigungsprozess und befreien sie so von ihrer partikulären Verschmutzung. Optional kann in einer zweiten Kammer zusätzlich ein Gleitmedium aufgetragen werden. Damit der folgende Verpackungsprozess reibungslos vonstatten geht, kühlen wir die Teile in einem Luftkanal ab und verpacken sie daraufhin, lagefixiert nach unserem patentierten CleanPack-Konzept. So gewährleisten wir, dass beim Transport keine neuen Partikel durch Abrieb entstehen.